Wer ist eigentlich Mohandas Karamchand Gandhi? Ja, nur die wenigsten wissen, dass das eigentlich sein Geburtsname ist. Viel bekannter und gläufiger ist er unter dem Namen Mahatma Gandhi. Mahatma wurde ihm verliehen und heißt auf Deutsch so etwas wie große Seele. Was es damit auf sich hat und wie er zu diesem Namen kam, das klären wir jetzt. Mohandas Gandhi wurde am 2. Oktober 1869 in Gujarat im Westen Indiens geboren und wuchs gemeinsam mit seinen drei Brüdern bei seinen beiden Eltern auf. Die Familie Gandhi war sehr gläubig und lebte den Hinduismus. Im Hinduismus ist die Gesellschaft in sogenannte Kasten unterteilt, in die man hineingeboren wird. Die Familie Gandhi gehörte der Kaste der Vaishya an. Das ist die dritte Kaste und somit gehörte man zur gehobenen Mittelschicht. Jedenfalls durfte Mohandas zur Schule gehen und schloss diese sogar mit sehr großem Erfolg ab. Leider verstarb sein Vater schon während seiner Jugend. Dieser wollte unbedingt, dass sein Sohn Rechtsanwalt wird. Diesem Wunsch wollte Mohandas gerecht werden und schaffte es durch seine guten Noten sogar, in London Jura zu studieren. Mohandas nahm nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Studium das Angebot einer indischen Wirtschaftsfirma in Südafrika an, um dort für diese als Anwalt tätig zu sein. In Südafrika angekommen, begann schnell seine Geschichte als Weltveränderer, denn er lebte unmittelbar nach seiner Ankunft bereits Rassismus und Diskriminierung, die ihm und den ca. 60.000 weiteren Innern und Inderinnen, die zu dieser Zeit in Südafrika lebten, wiederfuhr. Als er im Jahr 1894 offiziell als erster indische Anwalt in Südafrika zugelassen wurde, konnte er sich von nun an auch mit Hilfe des Rechts für andere Menschen einsetzen. Im Jahr 1904 gründete er die Zeitung Indian Option, die auf Englisch und verschiedenen indischen Sprachen erschien. Mit dieser Hilfe versuchte er seine Meinung zu verbreiten und setzte sich weiterhin für die Gleichberechtigung von Inderinnen und Indern in Südafrika ein. Durch seine Überzeugungen, die vor allem friedlicher Natur waren, gelangte er nicht nur in der indischen Bevölkerung Südafrikas zu sehr großem Ansehen. 1914 schließlich kehrte Mohandas Gandhi nach Indien zurück. Auch in seiner Heimat erfuhr man von seinem Einsatz für die Gleichberechtigung seiner Landsleute in Südafrika, weshalb man ihn mit dem Namen begrüßte, unter dem er den meisten bekannt ist. Mahatma, eben die große Seele. Zurück in seiner Heimat zeigte sich jedoch leider ein für ihn gewohntes Bild. Die indische Bevölkerung wurde von den Briten, den Kolonialherrschern Indiens zu dieser Zeit, unterdrückt und durch diskriminierende Gesetze eingeschränkt. Somit erfuhren er und seine Landsleute auch in seiner Heimat weiterhin Rassismus und Diskriminierung. Gandhi rief zu einem Boykott auf. Ein Boykott ist ein gewaltloser Widerstand. Alle Inderinnen und Inder sollten sich aus dem öffentlichen Dienst zurückziehen, damit dieser zusammenbreche. Lehrer aus der Schule, Anwälte und Richter aus den Gerichten. Jeder sollte seine Arbeit niederlegen. Mahatma Gandhi war überzeugter Pazifist. Er war also gegen jede Form der Gewalt. Kleine Info am Rande. Wer beim Wort Pazifist an den pazifischen Ozean denkt, der liegt da gar nicht so verkehrt. Übersetzt heißt das Wort nämlich friedlich. Und bei der ersten Befahrung von europäischen Seeleuten wurde der Ozean als besonders friedlich empfunden, was ihn den Namen Pazifischer Ozean gab. Zurück zu Gandhi. Er war gegen jegliche Art von Gewalt. Es war ihm also sehr wichtig, dass die indische Bevölkerung ihren Protest gegen die britischen Besatzer ebenfalls friedlich ausdruck. Sein Anliegen wurde von den Indern und Inderinnen verstanden. Die friedliche Widerstandsbewegung kam letztendlich den Namen Satyagraha. Der bekannteste und auch wirksamste Aufmarsch der Satyagraha war der sogenannte Salzmarsch im Jahr 1930. Er richtete sich gegen die von den Briten eingeführte Steuer auf Nahrungsmittel, weshalb die Inder nicht mehr eigenständig Salz für ihr Essen abbauen durften. Gandhi wollte als Protest zum Meer laufen, um dort eigenständig Salz abzubauen. Der Marsch zum Meer war letztendlich 385 Kilometer weit und während seiner Reise schlossen sich eben viele Inder und Inderinnen an, um ebenfalls eigenständig an der Küste Salz abzubauen und sich somit gegen die Gesetze der Briten zu richten. Der Marsch wurde ein Erfolg, denn die Steuer verschwand. Allerdings wurde Gandhi, der zu dieser Zeit bereits von den Briten als der Unangenehme betitelt wurde, gefangen genommen. Die Gefangennahme nach dem Salzmarsch war nicht die erste Gandhis und sollte auch nicht die letzte bleiben. Er blieb jedoch seiner Überzeugung treu, friedlich dagegen zu protestieren, weshalb er im Gefängnis in einen sogenannten Hungerstreik trat. Grob gesagt versuchte er so lange nichts zu essen, bis er wieder freigelassen wurde. Man muss sich vorstellen, dass Mahatma Gandhi zu dieser Zeit im ganzen Land bekannt war. Eben für seine friedlichen Aufrufe zum Protest gegen die Kolonialmacht Großbritanniens. Es konnten sich die Briten also rein politisch schon gar nicht leisten, Mahatma Gandhi verhungern zu lassen, weshalb man sich immer wieder gezwungen sah, ihn freizulassen. Aufgrund des Drucks, den Mahatma Gandhi durch seine Hungerstreiks, also den friedlichen Widerstand, gegen die Kolonialmacht Großbritannien ausübte, bezeichnet man ihn heute noch als Unabhängigkeitskämpfer Indiens. Indien gelang letztendlich im Jahr 1947 zur Unabhängigkeit. Womit Gandhi allerdings nicht einverstanden war, war die Teilung des Landes in zwei muslimische Teile und einen hinduistischen Teil. Die muslimischen Teile wurden Westpakistan und Ostpakistan genannt. Heute heißt Westpakistan einfach nur Pakistan und Ostpakistan trägt heute den Namen Bangladesch. Da nun die Muslime im Land in die beiden pakistanischen Teile und umgekehrt die Hinduisten in den indischen Teil flohen, führte die Teilung des ganzen Landes zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, was wiederum dazu führte, dass viele Menschen ihr Leben verloren. Gandhi versucht ein letztes Mal, sich mit Hilfe eines Hungerstreiks für eine friedliche Abwicklung der Teilung des Landes einzusetzen und beide Seiten dazu zu bewegen, sich friedlich einander zu begegnen. Da Gandhi sich durch seinen letzten Hungerstreik auch für den muslimischen Teil der Bevölkerung Indiens einsetze, indem er eben beide Seiten dazu aufrief, friedlich miteinander umzugehen, zog er den Zorn von radikalen Hinduisten auf sich. Mahatma Gandhi, die große Seele, kam am 30. September 1948 bei einem Attentat durch radikale Hinduisten gewaltsam ums Leben. Seinen Ruf als friedlichen Widerstandskämpfer und Unabhängigkeitskämpfer Indiens trägt er jedoch noch heute. Ruf als friedlichen Widerstandskämpfer und Unabhängigkeitskämpfer Indiens